Musik 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 Sage Treppenbau, gegründet 1952, zeichnet sich heute durch den individuellen Treppenbau aus und befindet sich deutschlandweit in einer renommierten Position. Wir sind so aufgebaut, dass wir 90% aller unserer Produkte in Deutschland vertreiben. Es sind immer wieder auch andere Projekte dabei, die ins Ausland gehen, aber wir sind ganz stolz, in Deutschland einer der großen Lieferanten zu sein. Wie genau ist der Ablauf, wenn der Kunde eine Treppe benötigt? Also die Beratung vor Ort findet fast immer durch den Metallbauer statt. Der Metallbauer berät den Kunden, was möchtest du für eine Wange haben? Möchtest du überhaupt eine Wange haben? Möchtest du Holzstufen, Steinstufen haben? Wie sieht das Gelände aus? Haben wir ein Rundrovis hier zum Beispiel? Möchtest du was anderes haben? Die Beratung macht der Metallbauer. Er macht auch das Aufmaß und dann bekommen wir die Daten von ihm, gehen in die AV, also in die Arbeitsvorbereitung rein, zeichnen alles. Das schicken wir wieder zu unserem Kunden, das ist ja der Metallbauer. Er spricht das mit seinem Kunden ab und wenn alles in Ordnung ist, dann kriegen wir die Unterschrift, dass wir sagen, wir können es fertigen. Oder er sagt, nee, komm, da habe ich noch zwei, drei Änderungen, bitte ändere das und dann können wir fertigen. Nicht nur das langjährige Know-how zeichnet Sage im Treppenbau aus, sondern die Möglichkeit, Techniken und Fertigungen individuell aus einer Hand anbieten zu können. Es zeichnet uns aus, dass wir alles im Haus haben. Wir fertigen mit eigenen Maschinen, manchmal können wir die Maschinen noch nicht mehr kaufen, dann haben wir die in den letzten Jahren selber gebaut. Wir sind also so, dass wir sagen, ich brauche nur einen Lieferanten und der liefert mir Material. Alles andere wird hier gefertigt und das ist ein großes Alleinstellungsmerkmal. Das haben andere nicht, die gehen irgendwo anders hin und lassen biegen, die lassen irgendwo anders Laserschneiden. Die haben das Problem, die haben unterschiedlich lange Lieferzeiten, weil die natürlich immer wieder auf ihre Lieferanten zurückgreifen müssen. Das haben wir alles nicht. In der Bude, so wie ich das schon mal sage, in der Halle hier, in der Fertigungshalle, ist alles vorhanden, wir können sofort losgehen. Optimal aufeinander abgestimmte Technik und kompetentes Personal sichern die Qualität. Hierzu gehört auch ein Warenwirtschaftssystem, was den hohen Anforderungen im Verkauf, Marketing bis hin zur Rechnungsstellung gerecht wird. Ja, für uns war es so, wir hatten vorher eine Warenwirtschaft, die war wirklich schwierig. Die stürzte ab, die hat uns Kümmer gemacht und dann sind wir auf Netsoft gekommen, arbeiten jetzt seit zehn Jahren mit Netsoft zusammen und bei uns ist es so, wir sind wirklich glücklich mit dieser Warenwirtschaft. Die Softwarelösung von Netsoft ist genau auf die umfangreichen Bedürfnisse von Sage Treppenbau abgestimmt und zeichnet sich durch eine unkomplizierte Bedienung aus, die dem gesamten Team ein effizientes und kundenfreundliches Arbeiten ermöglicht. Rundum muss ich schon persönlich sagen, ist die Software ganz einfach gestrickt. Ich habe nur gute Erfahrungen damit gemacht. Ich muss bei uns im Haus die Auswertungen über diese Software machen. Ich kann es in Excel generieren. Ich kann die Artikel ganz einfach einstellen. Wir haben die Kundenadressen alle gespeichert. Wir können Marketingaktionen darüber machen. Also rundum bin ich sehr zufrieden mit der Software. Wenn ich Probleme habe, kann ich direkt über die Hotline einen Mitarbeiter von der Firma Netsoft erreichen. Das heißt, mir wird auch direkt am Telefon geholfen. Der Support von Netsoft ist wirklich ausgefallen gut. Wir kommen in keine Warteschleife rein, wo man erst mal sagt, ja, ich möchte die Stimme haben, ich möchte die Landessprache haben. Nein, da sitzt jemand, der spricht mit uns. Die sind kompetent in dem, was sie tun, helfen uns weiter. Die Software begleitet Sage Treppenbau vom Vertrieb bis zur Rechnungsstellung. Es ist ein Projekt dann auch abgeschlossen bei uns. Das heißt, die Treppe ist fertig gebaut, sie ist eingebaut, der Kunde ist glücklich. Heißt es bei uns, die Rechnung muss erstellt werden. Das heißt, wir können mit wenigen Mausklicks ganz einfach aus dem Auftrag eine Rechnung generieren und dem Kunden auch schnell den Weg zukommen lassen. Um immer auf dem aktuellen Stand der Zeit zu sein, wird die Software stetig erweitert. Also am Puls der Zeit bei der Software zu bleiben, ist so ähnlich wie am Puls der Zeit bei der Maschinen zu bleiben. Das heißt, wenn die Software veraltet ist, kommt jetzt auch von alleine an, hey, hallo, hallo, das könnt ihr nicht mehr, ihr müsst bitte schön da und da, dann wird ein Update gefahren. Und dieses Update bringt uns auch gleichzeitig immer weiter. Wir haben dann durch Innovationen wieder innerhalb des Ablaufes bei uns in der AV oder im Einkauf. Und das alleine bringt schon diese Innovationen zusätzlicher Einkauf wieder mit. So gewährleistet Sage Treppenbau in allen Bereichen der Produktion höchste Qualität. Und die Kunden freuen sich über handwerklich, technisch wie gestalterisch hochwertigste Treppen. Getreu dem Motto von Sage Treppenbau, wir machen's einfach. Was hilft, es heilt die göttliche Kraft? Untertitelung des ZDF, 2020